Das war gar nicht peinlich. Alter, alle wollen so rechts abbiegen. Könnte sich nicht vorentscheiden. Und ich hänge hinter einem Kroko fest, ne wahr? In einem schnelleren Kroko. Aber was soll's. Das sieht mir eh alles so aus, als geht das hier heute nicht besonders schnell durch die Stadt. Was macht denn der? Rückwärts. Ja, Offenbacher können nicht fahren, das wissen wir. Deswegen beruhle ich ihn mal. Das ist mir zu gefährlich, wenn der sonst wo hinguckt. Was hat denn der? Er hat aber viele Tröten. Schick, schick. Na, wenigstens noch ein paar Kinder dazu gewunken. Oh, so schön. Ah, putzig. Ach, ernsthaft. Knallhart über Rot gedübelt, nachdem sie ewig rumgestanden hat. Das haben wir doch gern. Aber, was macht denn der da? Der weiß auch nicht so ganz, was er will, ne? Hey, Mr. Lück. Lück gehabt. Ich wäre froh, wenn ich kein Glück vor mir hätte. Aber das könnten wir ja schnell ändern. Ich bin natürlich maximal 50 gefahren, auf den Strich genau. Ich fahre immer nur so schnell, wie erlaubt ist. Immer. Naja. Immer. Hallo, Rino. Hallo, Rino. Hallo, versteinernter Baum. Oh, eine kaputte Taube. Alter, chillvoll, krass, schimmelnden Leben. Man muss zum Beispiel immer mit solchen Leuten rechnen, die einfach mal zwei Spuren rüberziehen und nicht übersehen. Und jetzt abbiegen wollen, was auch immer die da vorhaben. Alter. Mist, aber auch nicht. Alter. Spinnst du? Sag mal, was soll denn das? Hörst. Ich weiß ja nicht, wo der fährt, aber auf einer Spur ist es nicht mehr. So auf anderthalb oder zwei. Ein bisschen merkwürdig. Der fährt. Vielen Dank.